Wow, 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 wow. Was macht ihr hier wieder? So was Krasses, oder? Jetzt wissen wir, warum der Tag ein Ende haben muss. Man kann das gar nicht verkraften. Noch mehr von dem. Mir ging es jetzt so den ganzen Tag über. Jedes Neue, was kam, war noch mal herrlicher und das Alte war immer noch herrlicher. Es ist wie ein Rad, es ist wie ein Rad, aber es war ein würdiger Höhepunkt, ein würdiger Schlusspunkt, Herzlichen Dank, ganz gewaltiges Lied. Also das mit der Gänsehaut hört gar nicht mehr auf. Gut, aber wir müssen jetzt irgendwann uns wieder erholen von all dieser Herrlichkeit. Das ist unsere Liebe zu euch. Wir können es nicht anders ausdrücken. Worte möchten nicht reichen. Es war ein Dank an all die vielen, die sich auf den Weg machen, um zusammen dieses Hirn, diesen Leib, diesen Körper zu bilden. Und unser Wunsch, eben, lass uns zusammengehen. Du siehst, es ist wert, es ist eine andere Welt. Ich möchte nur noch da sein. Mit diesen Menschen will ich leben, mit diesen Menschen will ich sterben. Ja, ihr auch? Und das hat jetzt nichts einfach mit OCG zu tun. OCG ist nur ein, wie soll ich sagen, Abdruck von dem, von Menschen, die das umsetzen. In jeder anderen Gemeinschaft, wo man sich als Organismus begreift, wird dasselbe geschehen. Das hat nichts mit uns hier zu tun allein. Nein, das ist das, was vom Himmel her wirkt. Und das ist gerade mal der Anfang, ja. Gerade mal der Anfang. Es blut jung, das Kind, blut jung. Gut, aber jetzt haben wir für heute viel gewirkt. Ihr habt gehört, es gibt noch etwas Feines zu essen. Ich möchte hier abschliessen noch beten mit euch, Segen mit auf den Weg wünschen, dass ihr alle bewahrt wieder nach Hause kommt. Da müssen die Herrscher mit euch ausziehen. Teufel ist natürlich wütend, das hat er nicht gern, dass sich das Volk erhebt, zu seiner Bestimmung findet. Aber das lässt sich nicht mehr zurückspulen, das Rad. So wie die Elektrizität hier ist, der Organismus ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Ja. Ja. Dich beten wir an, allmächtiger Gott, der uns geschaffen hast. Du bist der eine. Du hast uns aus dem Nichts hervorgeholt. Hast alles gewirkt durch deine Vollendungstriebe. Du treibst uns hinein in diese Vollendung in dir. Ich habe sie berührt, Herr. Wir haben sie berührt heute. Wir preisen deine Herrlichkeit. Wir sehen, das ist das Kind in der Krippe, Herr. Wie herrlich wirst du sein, wenn du als Bräutigam erscheinst in deinem Volk, wenn du als Braut erscheinst in deinem Volk, als Herrlichkeit, als König. Danke für deine Allgegenwart, für deine Wirkung und deines Geistes. Wir lieben sie. Sie sind unser Atem, sie sind unser Herz, sie sind unsere Speise, unser Trank. Wir lieben dich in jeder Facette und wollen mit dir verlinkt sein, mit jeder Faser verwachsen sein. Wir möchten zurück angeschlossen werden an deine Fähigkeiten, an deine Liebe, an deinen Glauben, an deine Vollkommenheiten. Und so weihen wir dir dieses Volk. Es ist dein Volk. Die ganze Welt ist dein Volk. Und du hast gesagt, es wird ein Volk sein, eine Herrlichkeit, ein Gott, ein Glaube, eine gewaltige Schönheit von dir. So nimm diese Menschen, Herr, in deine Hand, auch alle, die zu Hause in anderen Ländern sind, segne sie auf der Rückreise bei all dem vielen, bei den 10.000 Handgriffen, die heute noch sein werden, dass sie bewahrt, beschützt sind, keine Unfälle, keine Pannen passieren. Halte deine Hand über uns und lass uns im Himmel bleiben bei dir. So segne dich der Herr und der Herr behütet dich. Der Herr lässt dir sein Angesicht leuchten und begnadigt dich. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und legt dir Frieden. Er selber schafft in dir, was vor ihm wohlgefährlich ist. In Jesu Namen. Amen. Wir lieben euch. Wir lieben euch von Herzen und freuen uns aufs nächste Wiedersehen. Wann immer das ist, kommt immer wieder. Wir sind auch immer da. Tschüss. Wir lieben euch. Zu Hause, China. Schwein, schwing, schwing, wung. Wie auch immer. All die Länder, wir küssen euch, wir lieben euch, wir brauchen euch. Kommt alle wieder gut nach Hause. Und seid wieder dabei beim nächsten Mal. Wir schalten wieder zu. Tschüss. Wir lieben euch. Wir lieben euch.